Du hast auch bei Toyota gearbeitet, oder? Nein, ich bin bei Chefkollegen. Sie haben bei Klinik ihre Ausbildung gemacht und jetzt finden sie keine Stelle. Ich sage, die jugendlichen Leute, ihr müsst handwerklich was lernen jetzt. Die Zeit für das Studium ist vorbei. Heute Kukuma-Maler, Kukuma-Handwerker, Haustechniker, die sind immer voll ausgebucht. Also das, was wir hier machen, die Schönheitsbranche läuft immer. Kann man denn hier auch in Ausbildung so Kosmetik machen oder so schminken? Ich bin, ich schminke, ich mache Weiterbedingungen. So Anti-Aging, Abnesthesia, jetzt Anti-Aging-Behandlung, so Cellulite. Darf ich diese Bürste nicht benutzen? Doch, darfst du auch. Ist auch da. Was kostet denn so?